Bisschen Tempo, wenn ich bin da! Ach scheiße, ich bin bei IG. Scheiße, ich bin bei IG. Ich versuche gleich mal den Bomber zu nehmen. Ich will ihm helfen in ihren Weg. Wir haben Einsatzstier Charlie erobert. Fuck, fuck, fuck. Südlich deiner Position ist ein falscher Panzerwagen. Hier, damit kommt der Abzug eine. Einfach weg. Diese Bastard ist hier! Achtung, ich werde dir jetzt mit rechts gehen! Von dir? Nee, leider nicht. Echt jetzt? Ohne Witz, er hat mit 0% überlebt, ne? Gibt's? Ja, aber, boah, da krieg ich nen Anfall, wenn ich hier 0% oder Hilfe bei Kill einen guck da. Ist dünnbar, ja, ne? Mhm. Bist doch der einzige bei D. Nein. Oh, ja, doch, ja, gut, sag. Sag mir was auch. Ups, hier ist die Bucke. Geh lang. Ja, genau. Wie viel Stechen? Minus, oder? Ah, 7-7 pro. Ein anderer Weg. Ach, stein. Nehmen Sie gleich wieder die ein. Achtung, der Kommander ist offline. Wir haben gerade Einsatzziel Alpha, neutrisch. Pass auf, wir sind überall nie nur alles kack. Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen. Ich hab nicht Kontakt zu einem feindlichen Panzerjäger. Wirklich deine aktuellen Soldaten gesehen. Scheiß drauf, einfach weiter, geh. Okay. Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen. Lol. Äh, G wird von uns angenommen, oder? Äh, ne, von den Gegnern. Ich muss sagen, unauffälliger als wir können wir nicht laufen. Ach. Ich geh mal hier in der Sau. Ach, warte, hier ist kein Haus mehr. Da ist deine erste Hilfe, hol sie dir. Herr Hörn, Einsatzziel Bravo wurde neutralisiert. Achtung, Einsatzziel Bravo wurde erobert. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Schaden schützen. Südlich von... Oh! Hier ist deine erste Hilfe. Sniper. Komm, steig aus den Mopeds. Steig ein. Achtung, Einsatzziel Bravo wurde neutralisiert. Da ist ein feindlicher Scharfschützer. Wo, ich weiß wo er ist. Ich weiß auch wo sie sind, aber steig ein. Okay. Geh Gas, Gas. Hier ist das Medikin. Bro, wo bin ich? Raus. Da scheint ein feindlicher Panzer zu sein. Südlich deine Position. Boah, Stepper. An alles kurz. Die Turm ist gerade angekommen. Boah. Junge, das ist ja schlimmer als in einem Minenfeld hier. Warte mal, es ist glaube ich ein Minenfeld. Ich hab einen feindlichen Scharfschützen. Südlich deine Position gesichteten. Ich hab den feindlichen Panzerrat glücklich deine aktuelle Position gesichtet. Ich hab den feindlichen Panzerrat glücklich deine aktuelle Position gesichtet. Hau ab du Wichse, hau ab. Wie kommt das Medikin kommt hin? Ist vorhin gleich bei mir. Ja, gut. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Charlie. Warte. Pass auf, der kommt jetzt. Ja, der kommt. Pass auf, pass auf. Wir haben gerade Einsatzziel Alpha verloren. Loll. Bist du tot? Dann reden wir nicht. Dann bin ich erledigt mit meiner Granate. Warte, da ist noch einer. Oh, ein Prozent überleben. Echt immer mit einem Prozent alle, ne? Echt alle. Warte mal, ich hab einen Lasermarkel. Soll dich vielleicht mal dran machen, oder? Jaaa. Pionier? Ja, was hab ich nachweggeschaltet. Hä? Fahrzeugen. Puh. Scheiß drauf. Das bauen ich. Ah. Scheiß jetzt bin ich hier. Dreck. Ah, ich weiß wo ich. Achtung, wir haben Einsatzzeiten einfach verloren. Scheiß, ne, blick nicht. Ah, ich weiß wo ich. Da ist noch wer. Ja, ich hab den feindlichen Scharfschützen gesichtet. Ja, ich hab den feindlichen Scharfschützen gesichtet. Ja, ich hab den feindlichen Scharfschützen gesichtet. Pass auf die. Wir kontrollieren jetzt Einsatzzeiten einfach. Panzer. Ich hab den feindlichen Panzer in Sicht. Zwei Stück. Panzerwagen kommt auf uns zu von... Ja, zwei Panzer kommen auf uns zu. Von... Von... Osten. Oh, ich will nach in die Himmelsrichtung so scheiße leben. Wehe einer Spawn bei mir. Feindliche Systeme sind ausgefallen. Angriff verstanden. Nur einer sein, der bitte spawnt und das bin ich. Das ist schlimm genug. Ich spawn grad nicht bei dir, weil ich noch lebe. Ich hab den feindlichen Panzer in Sicht. Ich hab den feindlichen Panzer in Sicht. Ich hab den feindlichen Panzer in Sicht. Und... Level. Sergeant 16. Und ich hab einen Bronze Battle Pack gehalten. Ich hab den feindlichen Soldaten in Sicht. Layla an. Ich hab den fahr sheen. Direkt vielleicht vor mir! Aber ein feindliches leichtes Panzerника ist über. Getroffen. Noieli. 2 Schuss. Ich hab die Kontrolle zu beeintretrang zu. Hard let me Selbst stürzt. 9 Heltwerks mastery kochen. Resumiel Schlager. Da ist noch wer, oder? Ach, jetzt nicht. Äh, von wo? Ey, kannst du Munition mitnehmen? Ich hab nicht Kontakt zu nem feindlichem Panzer. Östlich deiner aktuellen Position. War zu spät. Jupp. Nee, äh, genug laufen. Da ist ein feindlicher Panzer! Feind, dass die Reifen verloren. D ist uns, dann HBC, D, E. So, ich bin hier von der Waffe. Oh, shit. D. E, C, G, plus E. A, B, C, D, E. Ihr werdet eigentlich mal okay, dann ab zur D. Ja, ich hab überhaupt keinen Heli in sich! Ja, ich hab überhaupt keinen Heli in sich! Ich hab einen feindlichen Panzer in sich! Okay, äh... Greif dieses Einsatz an! Ja! 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 Das, was man eigentlich wirklich mal machen könnte! Und zwar, äh, wirklich Sessions aufnehmen, nur Commander-Modus! Oh, das wär's mal! Ja! Wir schaessen falsch, ich erfahnte zu sein! Nützlich in der Position! An alle Teams! Raschete ist unterwegs! Achte in Achtung! Einsamstil Charlie ist jetzt unter Unterkass und Volle Ok Komm so schnell wie geht zu mir bitte Ich bin richtig am Arsch gerade B, der ist aufrecht Da ist noch einer Boah Jung Gleich bei dir Geil Ich bin hinter dir Pass auf Heli Ich sag Heli wird von hinten von der M9 gekillt Hast du schon die P90? Ähh Warte mal Die P90? Ja, Pionier Moment, ich muss mal kurz eine WhatsApp-Gruppe muten Gott, die geht mir jetzt gerade voll auf den Piz Ne, die habe ich leider noch nicht Äh, was ist das für ein Objekt? Was meinst du, was ist das für ein Objekt? Äh, wenn du da drauf klickst, ne, dann steht ja unten, äh, Pionierexperte oder sowas Was steht da? Friedensstifter Friedensstifter Kampagne Freischaltkriterium Ah, okay, dann Ah Okay, welche Waffe ist denn das noch dann? Wir haben noch 23, die anderen haben noch 23 Tickets Stürmsehwert Stürmsehwert Äh, was Nach Mahler Ah, okay, QBZ Das waren wir, glaube ich, alle, ne? Letzte Pflicht Das ist auch ... Gott, du musst ja richtig krass Kampagne spielen, ne? wenn du die Kampagne auf dem Tablet spielen könnt, das wäre halt geil. Warum nicht? Ich bin mir noch die Runde fertig. Ja. Fährst du mal. Wir haben Einsatzziel Alpha erhobert. Da ist ein kleiner Kanzlerjäger, nördlich von dir. Ja, zwölftig ist dann die Gegner noch. Ich bin im Plus. Gut geschossen. Danke. Ich liebe es, einfach ein Heli mit einer RPG runterzuwollen. Drei nur noch. Drei Tickets. Drei Tickets. Ein Ticket. Wir haben gewonnen. Ja, Leute, das war jetzt diese Runde. Ich schneide das in zwei Teile, 30 Minuten, da sind zwei Folgen, passt. Ja, Leute, ich würde sagen, hau da rein. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr einschaltet. Ihr wisst, wo der Abo-Knöpfchen ist und wo Daumen hoch, Daumen unten wisst ihr alles. Will der Raphael denn noch ein paar Worte mit den Zuschauern flüstern? Ja, ich würde euch nur noch sagen, hoffentlich gefällt euch auch, dass ich dabei bin. Da müsstet ihr euch wahrscheinlich dann in nächster Zeit mal dran gewöhnen. Ja, kann sein, genau. Ja. Sonst gibt es nichts großartig, außer, dass ich vielleicht in Zukunft mal ein paar Videos machen werde. Das habe ich auch schon in den letzten Videos angedeutet. Ja. Da wird demnächst was kommen, auf jeden Fall. Was müssen wir noch gucken, aber auf jeden Fall kommt auf jeden Fall. Jetzt habe ich es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Egal. Auf jeden Fall. Kommt irgendwas, genau. Ja. Tschüss, Leute. Hau da rein. Tschüss.